so ist da haltet wieder jeder als wäre die entscheidende frage ich dieses hier repariere ähm so okay dann müssen wir die linie mal schnell kurz wieder frisch machen mhm zack und zack mhm so ähm ja Vorstadtindustrie ja okay die müssen wir jetzt deleten ähm weil jetzt nehmen wir eben eine andere so ähm habe ich jetzt wieder die ganze Industrie hier fehlt ein Stückchen da da fehlt ein bisschen was ähm da muss wohl hier auch noch die Straße so werden und so so und die hier anstatt mal an das hier wieder verlegen äh ne das war's falsche zack mhm so löst sich jetzt der Stau oder muss ich jetzt das hieße ich müsste dann hier ein Auto einfach äh eine kleine Autobahnabfahrt machen und dann hier jede hier hoch und runter fahren lassen wie es scheint aber leuchtet der Verkehr flüssig so dafür habe ich jetzt aber sehr viel der Industrie jetzt eingebüßt dom m so auch hier wieder etwas abreißen so ich dürfte jetzt aber hier zu einem sehr starken Verkehrsaufkommen fordern eigentlich ich habe ich gehofft dass der Güterbahnhof das entlastet ähm da bleibt uns wohl wirklich nichts anderes übrig als hier einfach einmal außenrum eine Autobahn zu bauen und dann hier überall auf und ab fahrten zu machen staunen die sich schon wieder hier staunen die sich schon wieder hier ja da hilft wohl nichts anderes ähm ja super Strom ähm hier auch Strom und wieso das ähm ja ja okay diese äh diese Umleitung hilft jetzt anscheinend so da müssen wir noch mal hier das ganze Gebiet wird wieder so jetzt noch hier so ähm ach hier oben auch schon wieder ganze Zeit Energie hier reicht hier irgendwie die Energie nicht ganz das was sie soll hier hier irgendwie hinten kommt die Energie nicht ganz an das ist ein bisschen jetzt fraglich wieso nicht aber das sind knapp 100 Busse oder 90 Busse im Einsatz was jetzt eben noch versuchen könnte um ähm was wir noch machen könnten die Strecke ein bisschen zu entlasten wäre zack 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 zu machen dass die nicht erst nur auf die Hauptlinie fahren müssen sondern direkt gleich und dann eigentlich 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 so hm das falsche ein Bahnhof ok da ist jetzt grad die Strecke im Weg kein Güterbahnhof sondern normal Bahnhof obwohl bis jetzt eben so jetzt kommt der hier raus hier raus und hier nach oben dann könnten wir uns auch direkt hier nach hier hin und dann wieder zurück ähm 60 Leute fähren schon ja U-Bahn holt auf ähm ja jetzt hier wollen sie alle hier drauf aufs Gleis ähm natürlich nicht erwünschenswert ähm ähm jetzt die Sache ähm sollen sie eben hier in energie ran liefern so dann noch hier hin zack 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 ach ach du scheiße ja ne da hilft jetzt wohl nix anderes als äh eine Autobahnumfahrung zu bauen und ich frage wie beginne ich die weil ähn äh 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 Vielen Dank.